Hallo Leute, willkommen zu Turrell Play Warhammer und heute werden wir Silikon-Gussformen herstellen. Wir werden zunächst eine einteilige Gussform herstellen. In einem anderen Video werde ich dann zeigen, wie man eine zweiteilige Gussform macht. Eine Gussform, zur Verdeutlichung, das ist eine zweiteilige Gussform, zum Mehrfachduplikate von Gegenständen herzustellen. Ich nehme hier gleichzeitig zwei Videos auf mit einteilige und zweiteilige Gussform herstellen. Also wundert euch nicht, wenn es hier so ein bisschen immer hin und her geschnitten wird. Ich versuche das jetzt einfach experimental halber, weil das vom Silikon-Anmischen her, das ist zweikomponentig, dass das ein bisschen alles auf einmal geht. Also entschuldige ich die ganzen Schnitte und eventuelle seltsames Gelaber. So, in diesem Video möchte ich jetzt auf die einteiligen Gussform eingehen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Das habe ich aus dem Grund vorbereitet, weil ich hier eigentlich gerade gießen wollte. Und dann ist mir aufgefallen, hey, das könnte ich eigentlich aufnehmen. Ich werde euch jetzt erstmal zeigen, wie man das vorbereitet. Dazu möchte ich euch erstmal zeigen, was man alles an Rohstoffen überhaupt braucht, für sowas herzustellen. Also was haben wir hier alles? Wir haben erstmal hier das Silikon an sich. Es gibt verschiedene Ausführungen für verschiedene Einsatzgebiete. Das hier ist hitzebeständiges Silikon für Gussformen. Hitzebeständig für 400 Grad braucht man, wenn man mit Metall gießt. Das wird ja geschmolzen und unter Hitze geschmolzen und deswegen muss das hitzebeständig sein. Immer so halt nebenbei. Das ist mit dabei. Das ist Vernetzer. Deshalb muss man da dazumischen, damit das Silikon fest wird. Ich werde euch das jetzt zu erklären, wie ich das mache mit diesem Silikon. Es gibt bei Silikon immer eine Anleitung. Da sollte man sich trotzdem durchlesen. Weil es kann immer vom Hersteller zu Hersteller und von Art des Silikons Unterschiede geben. Deshalb immer das mit durchlesen. Was brauchen wir noch? Wir brauchen eine Form, in der wir das Silikon anmischen. Mit sogar einem kleinen Plastiklöffel zum Umrühren. Was brauchen wir? Das wäre erstmal eine Waage. Den Vernetzer muss man prozentual einmischen. Deswegen muss man eben das genaue Gewicht wissen. Gut, das hier ist Silikon-Trenn-Creme. Silikon-Formen-Trenn-Creme sogar. Man braucht ein Trennmittel, damit das Silikon, was man drüber gießt, nicht festpappt. Silikon-Trenn-Creme, Teflon-Spray, alles mögliche. Es muss halt dieses Silikon vom Kleben abhalten und das Lösungsmittel davon abhalten, das Objekt, das man abgießen möchte, zu zerstören. Dazu brauchen wir einen Pinsel, eins für Silikon, eins für die Trenn-Creme. Mit ein bisschen Modellierwerkzeug, das erkläre ich später warum. Wasser, um die Pinsel nachher sauber zu machen. Und einen Behälter, in dem die Form gemacht wird. Ich nehme jetzt mal beispielsweise dieses Ding hier. Das habe ich mir jetzt einfach mal als unbefänglichen Gegenstand genommen, um das zu symbolisieren. Was aber mal abgießen will. Das hier, wenn ihr habt noch ein Bild, immer das ist der Problem. Das hier ist so Knete, ich glaube, wie stand auf der Packung, irgendwas von Gussformen, Modellier, Kneten, Knete, irgendwie keine Ahnung. Es ist einfach prinzipiell, es ist Knete. Ich weiß nicht, ob man da auch normale kneten kann. Die hier, was dann sehr gut ist, ist, dass die, wenn man sie so ein bisschen geknete hat, ist sie sehr weich und fest. Und wenn man sie dann ein bisschen stehen lässt, ein bisschen abkühlt, wird die sehr sehr hart. Was heißt sehr hart übertrieben, aber sie ist ziemlich fest halt. Da kann man dann, wenn man da nachher drüber pinselt, nichts mehr kaputt machen. Deswegen muss man die dann erstmal immer ziemlich fest kneten, bevor es losgehen kann. So, jetzt mal zum eigentlichen Formen vorbereiten. So, wir nehmen also jetzt als erstes für die einteilige Gussform einen Behälter, nicht wie diesen hier. Ich glaube, ich brauche da gar nicht mehr so viel zu erknüllen, wir brauchen denn die Knete. Man könnte das jetzt auch einfach, ich nehme einfach das hier mal kurz raus. Okay, klebt. Einfach hier rein stellen und dann drüber schütten. Problem ist, es wird wahrscheinlich hier durch das Einfüllen, wenn man es nicht ganz feuchtig macht, ein bisschen verschoben oder sonst irgendwas. Deswegen, ich habe das hier ja schon vorbereitet, so soll es meiner Meinung nach aussehen. Ich habe einfach hier die Knete da rein. Der Behälter sollte übrigens keine Löcher haben. Das ist wie der hier. Deswegen ist das auch ganz gut, dass ich hier den Boden voll gemacht habe. Mache ich quasi hier jetzt überall so ein bisschen eine dünne Schicht rein. Einfach damit da hier eine Fläche da ist. Und die Steine nehme ich dann und drücke die so ein wenig rein. Das ist auch gleichzeitig dafür da. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen sehen kann, dass hier unten kein... Zwischen dem Stein und dem Boden keine Luft ist, weil da sonst das Silikon reinlaufen würde. Und dann gibt es Probleme mit der Form. Ist auf jeden Fall wurscht. Also der Behälter muss auf jeden Fall dicht sein. Bei einseitigen Formen ist die Formen von der Schräge her irgendwie egal. Es sollte nicht zu groß sein, weil das Silikon ist relativ teuer. Was sein muss ist, dass hier außenrum mindestens 6 bis 8 mm Luft ist. Also zur Wand hin, da wo das Silikon reinlaufen kann, damit das ein bisschen... schon noch ein bisschen Stabilität hat. Gut, so soll das dann nachher so ziemlich aussehen. Das sind jetzt ein paar Steine, die werde ich dann... einteilige Formen heißen. Das was jetzt unten ist, also die graue Fläche, ist später... das wäre gerade wahrscheinlich alles raus... quasi später oben. Und von der Seite füllt man dann das rein. Das heißt, alles was jetzt nicht mit Silikon bedeckt ist, ist quasi dann die Öffnung. Gut. Soviel eigentlich dazu. Das müsste eigentlich jetzt schon gewesen sein. Das ist mit den einteiligen relativ einfach. Wir gehen dann quasi zum Silikon anwischen. Und zwar werden wir jetzt unsere Gussform... das ist natürlich blöd, dass das nicht so fest hält teilweise... mit Trenncreme behandeln. Das ist Silikonform-Trenncreme, was ich hier habe. Es gibt auch noch ganz andere Sachen, irgendwelche Trenncreme für Silikon... ja, Teflon-Spray gibt es auch. Das... ich weiß aber legen Sie nicht. Das könnte ein bisschen einfacher gehen, bin mir auch nicht sicher. Habe ich noch nie gehabt. Und zwar nehmen wir jetzt immer noch ein bisschen was raus... und pinseln hier alles ein. Wäre halt natürlich super, wenn das jetzt halten würde hier. Ein bisschen fester reindrücken. Ich drücke das nicht zu fest rein, weil sonst... umso weiter ich das hier rein drücke... umso mehr... mehr gehe ich ja quasi von der Form von dem... Stein im Boden verloren. Also das muss jetzt alles mit dieser Creme eingerieben werden, damit... das Silikon nicht an den... den Teilen irgendwo festbappt und dann... kriegt man die Teile oder die... das ganze Ding hier nicht mehr aus der Form raus. Und das wäre sehr ungünstig. Ja, dann schmiere ich das jetzt halt so drunter... und die Teile an. Hier ist es jetzt wichtig, dass man das Ding zwar... diese Teile zwar... gründlichst einschmiert... was halt nichts frei bleibt... also nichts... wo was bappen kann. Ähm... Andererseits... ähm... halt auch nicht zu viel drauf klatschen, weil sonst... eventuell... irgendwelche Details... ähm... quasi von diesem... von einem Batzen von dem... ähm... von der Creme verschlossen werden könnten... und somit nicht ausgegossen werden. Ähm... ist... je nachdem welches man hat... schon sehr sehr... detailgetreu. Also man kann schon sehr... sehr feine Details damit... ähm... abformen. Ähm... das wäre natürlich schade, wenn man das nicht nutzt. Ähm... Ja, also ich mache jetzt wirklich jeden... Gegenstand hier... in meiner Form... damit voll. Ähm... weil die... ähm... ich muss mal... mehr ins Bild gehen... weil dann die... gegen... diese Einzelteile hier... bis zur Hälfte im Boden drin stecken. Bei denen ist das halt nur so auf... gesteckt. Daher... ist das dann halt weniger toll... oder weniger einfach, sagen wir mal. so... 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 ähm... ähm... also ihr seht schon, ich habe hier verschiedene Steinformen... ähm... eingebaut einfach mal... wenn ich euch das mit diesen einfachen... äh... einteiligen... ähm... Gussform mal zeigen wollte... mir irgendwie nichts Sinnvolleres... eingefallen ist als... solche... diese Stein... teile... ich bin noch nicht ganz sicher, ob sich das jetzt vom... finanziellen Standpunkt her lohnt... weil ähm... Silikon aber... ist nicht ganz günstig... äh... nicht mal ansatzweise... von daher... müsste ich dann schon sehr sehr viele Steine... abgießen... damit hier das lohnt. und deswegen habe ich hier auch gleich so viele... eingestellt... weil... dass ich dann quasi mit einmal... gleich... viele auf einmal mache... so... ja... den Rand natürlich auch... so hoch wie die Form mal wird... so... bisschen höher... um sicher zu gehen... so... mal überall drüber... dann haben wir das mit dem Eincremen auch schon... machen wir den Pinsel ein bisschen sauber... und... dann wird es auch schon losgehen mit dem... Silikon an sich... sind wir gleich mit Vorbereitung fertig... wir sehen uns also gleich wieder... so hallo... und da sind wir wieder mit unserem... mit der einteiligen Gussform zu bauen... ähm... wir mischen jetzt das Silikon an... nicht wundern, dass das schon gebraucht ist... wie gesagt... ich nehme... habe ich das in diesem Video schon gesagt... ich weiß es nicht... auf jeden Fall... nehme ich gerade zwei... Videos quasi... parallel auf... ähm... zweiteilige und einteilige Gussform... ähm... deswegen ist das jetzt gerade schon benutzt... deswegen ist das ganz gut, dass ich das... gleichzeitig mache... weil dann muss ich nur einmal sauber machen... alles... also... ups... wir brauchen eine Silikon... wir brauchen eine Form... in die wir das umrühren können... wir brauchen einen... Pinsel... der... bei dem es nicht so schlimm sein sollte... wenn der da marsch ist... und etwas zum umrühren... in meinem Fall einen kleinen Plastiklöffel... ähm... nachher nicht mehr für Babybrei verwenden... nur mal so nebenbei... so... jetzt habe ich das... ahja... Vernetzungsmittel verloren... so... ähm... Silikon... dazu geliefertes Vernetzungsmittel... Silikonvernetzer... ähm... ist quasi der Härter... der das Ganze zum Abbinden bringt... ähm... hat das jetzt... das Ding hat eine... Mischungsverhältnis... immer die Anleitung lesen... 1,5 bis 2,5%... wir nehmen so ungefähr 2... ähm... wo ich vorher gerade... schon das Problem hatte... ist dass der... da ist eigentlich so ein Tropfer drin ist... was zum Tropfen bringen... kleinen Moment... Ha... ok... ähm... ich habe jetzt aus einer alten... Flasche die ich noch hatte... rausgebaut... und hier rein... passt wunderbar... funktioniert... gut... jetzt kann ich das auch... anders machen... als mit dem Ahnen... in der Anleitung... ist auch gut... die Anleitung... ist auch gut... weil da stehen irgendwie... so lustige Hinweise drin... wie zum Beispiel hier... 40 Tropfen ist... 1 Gramm... heißt... ich muss jetzt nicht mehr... wo man... wiegen... sondern kann die Tropfen zählen... ähm... so... ich habe hier eine Waage... für die... das zu messen... drücke das auf an... wichtig jetzt... ähm... der Behälter steht drauf... und es muss auch 0 stehen... wenn ich das jetzt anders mache... Moment... 0... die Behälter mitrechnen... also bin ich jetzt schon bei 60 Gramm... das wäre schlecht... immer... den Behälter abziehen... wenn das möglich ist... ähm... so... ich mache das jetzt... augenmaßmäßig... wieviel ich hier brauche... ich habe das schon irgendwie... schon relativ gut drauf... ähm... los... gebe das auf 80 Gramm... oder mach mal gleich 100... ja... mach mal 100... 100 Gramm... ich glaube das ist ein bisschen viel... aber... hopp... was mache ich jetzt wieder für einen Scheiß... ja... ähm... achja... Gefahrenhinweise... ich habe jetzt total verschwitzt... weil ich das vorher schon mal gemacht habe... bin ich so zweifach... ähm... das war gerade ein Negativbeispiel... man sollte das Zeug nicht unbedingt... an irgendwas hindringen... weil das Zeug ist nicht gerade gesund... ähm... besonders der... der Vernetzer... ist äh... ziemlich giftig... also das Zeug... kein Vertrinken... die Gase nicht einatmen... gilt übrigens für alles... was Scheiße riecht... ähm... und... auf keinen Fall in die Augen bringen... am besten... wenn man sich nicht sicher ist... und... diese Batsche Batsche Kuchen machen will... ähm... eine Schutzbrille tragen... vielleicht sogar einen Atemschutz... weiß es nicht... wie empfindlich ihr seid... ähm... kann es mir natürlich egal sein... weil ich sowieso irgendwann... verrecken werde... ähm... gut... also ich... scheiß mich da irgendwie... selten was... dafür rauche ich nicht... hehehe... ähm... ist ungefähr genau so... genau so giftig... ähm... also... 2%... wir haben jetzt 100 Gramm... jetzt unter den Mathematik-Genies... was ist 2% von 100 Gramm... richtig... 2 Gramm... ähm... das ist 100 Gramm anzeigt... das wäre richtig super... egal... zur Sicherheit... schauen wir mit drauf... 2 Gramm sind also 80 Tropfen... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Alter, wie soll man das zählen? das sind ungefähr 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 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 also 2 Gramm gewesen sein. Wir nehmen das jetzt alles und rühren das jetzt richtig schön unter. Wie gesagt, nicht zu doll Batsche Batsche Kuchen machen, sonst spritzt es euch durch die Gegend, euch in die Augen und ihr werdet blind. Ich weiß nicht, ob man da blind wird, aber man soll wieder zum Auswaschen und zum Arzt gehen. Da wird dann wahrscheinlich irgendwas anderes ins Auge reinkloppen, damit das wieder gut wird. Davon wird das wahrscheinlich übelst brennen, weil das Zeug riecht verdammt nach Verdünnung. Dieser Vernetzer, also verdünnungsmäßig, also das kann eigentlich nur brennen. Zum Glück trage ich eh eine Brille. Das Ganze muss jetzt wirklich, wie gesagt, hundertprozentig gut verrührt sein, damit überall Vernetzer hinkommt, damit das Zeug gleichmäßig aushärtet und richtig schön wird. So, was jetzt wichtig ist, das Zeug muss eine Minute stehen bleiben. Ihr seht jetzt, durch dieses Umrühren ist da und ist wahrscheinlich ein Haufen Luft reingekommen. Das Zeug an sich reagiert ja auch chemisch und dadurch entstehen jetzt hier so ein Haufen Gase und Bläschen. Die sollen da jetzt möglichst erstmal alle grob raus, damit da keine Bläschen auf dem Teil entstehen, weil wenn hier so ein Bläschen auf dem Teil drauf ist und die Form fest wird und die nachher befüllt läuft, in dieses Bläschen, das dann offen ist auf einer Seite, der Gips mit rein oder das Material, was man halt reinschüttet und dann hat man so einen Nüppel dran. Das soll natürlich nicht sein, das soll natürlich genauso aussehen wie das Original, was man abschließen möchte. Deswegen warten wir jetzt eine Minute. Genau eine Minute steht auch auf in der Packung. Also gehe ich davon aus, dass eine Minute der perfekte Zeitpunkt ist. Währenddessen beschäftigen wir uns ein wenig mit der Dose. Ja, meine Freunde, genau so macht man eine Dose zu und schön sauber machen, sodass man nachher die Anleitung auf der Dose auch noch lesen kann. Und dann ist alles super. Wir warten jetzt eine Minute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020